Hallo Leute, ich bin schon mal einer von Gästen in der Höhle Denn hier befindet sich Jonsimbo Genau hier befindet sich unser Freund Jonsimbo Ganz wichtig ist Jetzt einen Kämpfer Mit Erstschlag Also ihr braucht auf jeden Fall Erstschlag Und dann verliert er gleich Auch mit Sammaturen Das ist doch ein Wichter Dann kann man einen Arschschlag haben Der ODR schlag lieber jetzt auf den Sack Und da ist er Hallo Kolelia Das ist immer ein Hinterhalt Egal was passiert Das ist immer ein Hinterhalt Und dann wird uns gleich Volle Bude mit Wachen Sashi Aber wir haben ja Wir haben ja Oh Mann Das ist doch verrückt Nein Das ist einfach raus Ja, die ersten haben wir schon vertaut von 4 Den ersten von 4 haben wir schon mal vertaut Den ersten von 4 haben wir schon mal vertaut Der schwerste Oder? 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 ... ... Wir können jetzt hier speichern, aber es bringt uns nichts, wir dürfen endlich morfig fünfmal im Falle besiegeln. Let's go. Okay. Ich kann reisen. Aber Yugo hat nicht den Finger abgeholt, ja. Ach, das Fahrradfahrermüter ist doch doppelt. Ja, das ist doch doppelt. Das Drei-Fahrradfahrermüter. Können sehen. Ich könnte eigentlich noch nicht fahren, wenn ich den Körpers bin. Ich würde jetzt die Möge haben. Ich würde gerne den, o. Ich würde jetzt ein bisschen schrauben. Ein bisschen mit dem, ja. Aber noch ein bisschen. Gut, um, einfach mal. Ich werde ein Bestier-Opfer. Schon gut ist das Spiel vor. Ich werde ein Bestier-Opfer machen. Einfach weil... ...sie aufstecken. Da ist ja schon wieder nichts. So, ne wahre Strahl bitte. So bei der ersten Angriff staunen. Super, ich dachte, er leuchtet sich Schaden nochmal. Ich muss ihn sagen. Da ist ja gut. Wunderbar. Kitos, du wärst mit dem Witz bei dir. So, das macht mir zu viel Schaden. Ne, du geißer Worte. Und es wird echt wachers anderes Team. Und dann wäre alles so viel einfacher. Ja. Oh, zwei Scheiße. Hoffentlich. Er weicht aus. Oh, er kostet sogar nur, kostet sogar nur. Ja, ich würde jeweils pundern sogar nicht. Komm, niemand bleibt nur hinter uns. Oh, komm, wir haben gleich down, Leute. Ja, er taumert schon. Oh, komm, wir haben gleich down, Leute. Wir können ja zurück ran zum Firepunk im bester Auffüllung, sonst werden wir natürlich auch machen, also ja. Oh, ich wollte neuer keinen X-HP, äh, nicht X-P-Händen, sondern... Oh ja, lach ich sagte, dass er gefährlich ist, dass er sehr, sehr gefährlich ist. Wenn du uns triffst, ist es vorbei mit uns. Oh oh. Ja, das hat gereicht. Oh, wir haben ihn besiegt. Normal. Okay, von Mod 2 bleiben noch bereit. Wie gesagt, wir werden jetzt wieder zurück in unsere Bestia heilen. Das können wir ja machen, oder? Ja, das ist vorbei. Ja, das ist vorbei. Oh ja, das ist vorbei. Das tut einfach nicht Lian zu, dass er keine Chance hat gegen uns. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Anima. Bring ihn nur mit Chaos zu. Nein, hat nicht gereicht. Es hat nicht gereicht. Verdammt. Gut. Oh, wir haben ihn. Nummer drei ist auch down. Es hat ein Ball umzuschälen Leute, es hat ein Ball umzuschälen Oh, zwei Super-Sweer mit dem Genzy-Band Cutford Sie sind nicht gut dovendet Sie sind nicht gut Wir kaufen die Graotz also Schönen Toll Toll Uar Ach da. Kampf Nummer 4. Röpfe die Gitarapie an den Kämpfer auch. Jetzt hasst's gar nicht. Ne, die noch auf die Gitarre. Normalerweise müsst ihr hier Wackers 1 plus T 2, 3 mal reinhauen. Und dann werde ich auch erlebe ich. Da bin könnte er gerade schon nichts machen. Oh, habe ich auch gehalten. Gott, Luna. Ach komm, wir haben das hier raus. Das fern da mal ein bisschen. Bekämpfen? Oh, ich glaube nicht. Mach die tot. Mach die tot, bitte mach die tot. Nein, das hat nicht erreicht, oder? Sanmatu. Oh mein Gott. Das hätte schon mehr gekonnt für uns. Wenn ich sagen, die Folge war auch Sanmatu. Das hätte echt schon mehr gekonnt für uns. Gut, Fios auch da. So, wir haben 3 von 5 schon mal normalen Down-Licht, wenn ihr es so sehen könnt. Und dann ist der schwarze Jumbo endlich besiegt. Und dann ist der schwarze Jumbo endlich besiegt. Okay. Kollege, wie auch willst du noch einen Tag kriegen? Du hast keine Stieße gegen uns. Du bist mal hinter dich. So was cooler Ideen sind denn, wenn der Glyber beschreiten wird, tatsächlich irgendwo. So ist es so ein Fünf-Facta-Flyer noch mehr. Das wollen wir nicht selber gucken, wie wir es rein. Oh Gott, Sascha macht ganz schön Schaden. Nein, sag mal zu, Scheiße, das haben wir auf jeden Fall, und ich hab's, das ist die letzte Verschissen. Fuck! Ich muss das einfach machen, Leute. Ich hätte einfach noch mal zuhören, das ist in so Zeit. Ich musste immer mit den G-D-Fuhrer kämpfen. Noch mal den ganzen Mist, ooooh. Ich hab' den Dürmer verloren, die Leute. Lass' ihn mir. Kaum. Noch mal den ganzen Dreck, ooooh, ich krieg's Katzen bei mir. Kommt, den machen wir doch mal schnell durchlaufen. Kommt, den machen wir doch mal schnell durchlaufen. Wir wissen ja jetzt auf Attacken der Einsätze. In der ersten drei Phasen kann ich ihn eigentlich vielleicht plätten. Bei den beiden muss ich aufpassen. Ich kann das nicht mehr tun. Das müssen wir erst wissen, dass wir das Zammatur erfahren. Ja, ne, Wakisashi, äh, schwirren. Das macht mal Walfahrers. Ja, Glück gehabt. Wir hätten Glück gehabt, der hat jetzt doch nur... ...Kunstück einsetzt und er kann auch in der Matur einsetzen. Ne, ähm, Wakisashi einsetzen. ...Ihm. Lassen Sie mich. Oh, was ist das? 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 Oh, da war sie Egal, was ich sag schon, Attacke Gut, wir haben ihn Entschuldigt, wenn Aura mir annehmen bleibt Haben wir auch Glück Aura hat ja den Autofönix drin Dafür habe ich den Autofönix extra gegeben Das haben wir drüber gelebt Gut Ab zum zweiten Kampf Da kannst du noch ohne Sammacht die Schacht bauen Da müssen alle Leute auch die Schacht bauen Nicht zu miss Nein, nicht zu miss Da kannst du immer in den Preis noch nie ointen Das können wir auch O-1 aussprechen Das können wir auch Das können wir auch O-1 aussprechen 3 4 5 2 3 5 6 6 Gut, zweite Phase auch erledigt. Ohne Bestia. Musst du nicht mal eine Opfer holen. Sehr gut. Wenn du jetzt den Beta-Cutman kannst du auch nicht so schön Ausrüstung formen. Gut, zwei Mega-Potions. Hallo, Galeo, wo bist du? Dreimal auf dem Sack halten. Jetzt muss ich noch keine Chance sehen, ey. Na, oh, na. Ja, das ist einmal beschützt. Jetzt ... Uh, da war ich ein bisschen knapp. Wenn du auf den Sack gehst. Warte, ja die Leer, die schutzendege. 2 Rücken laufen, nochmal aufladen. Ich hab auch 2 Marmute gezählt. Was ist denn hier mit Sammatt-Tutu aufzuhauen? Was ist denn hier? Was ist denn hier? Was ist denn hier? Du weißt, was du tun hast, du hast... ... deine Schutzengel-Sachen vor dir. Ich will das angreifen, was du anstiegst, dass du ein Schutzengel vor bist. Die Überstattung hat mir jetzt ein hoher Ausweich gerade zu haben. Ich bin verstaunt. Juna, du darfst dein erstes Sammatur einsetzen, äh, erstes Sammatur, ja, Sammatur, ja, Sammatur, doch nicht aus der Sammatur einsetzen. Danke, Spiel. Dieser Autohand, bevor du überrechst, ist sowas von aus hier, nein. Gut, er hat wedes das Sammatur abgefangen. Oh, wir haben ihn, er hat wedes das Sammatur abgefangen. Er hat das Sammatur abgefangen. Was? Oh, er hat das Sammatur abgefangen. Oh, er hat das Sammatur abgefangen. Ja. Jetzt fühl ich mich so peinlich schwer wie gerade Jens. Das kann ich echt nicht gebrauchen. Tito, 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 hör auf! Tito, 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 T Oh Gott, du kannst doch was noch machen, Kozuko kannst du weitermachen, gar nicht gut, absolut, oh Gott, jetzt ist der Start gleich ein, ich muss das machen, wieder irgendwo, lass mich jetzt bitte nicht hinstehen, du bist so, einmal kann man ja schon die nächste Start gelaufen kommen, oh, Spiele, warum verarscht ihr mich so? Letzte Phase, das könnte kurz sein, Jetzt zieht ihr doch ab, danke, wir haben es geschafft, ganz ohne Samatou, Leute, wir haben es geschafft, ohne Samatou, die Schwarzliebe haben wir ohne Samatou aufgeschafft, wunderbar, Konnt da eigentlich was erzählen? Oh, wow, hier gibt es ja auch eine Monsterform, So, jetzt müsste eigentlich die Sequenz, genau, die Sequenz kommen. Ich würde euch dann vorstellen, der riecht sehr. Der stärkste Gegner im Spiel. Ich habe das Spiel gesehen, er hat über 20 Port an die Führer gesessen. Ich werde kein 20 Port dran sitzen, ich werde in 2 Port dran sitzen, dann brauchst das. Wer muss den nächsten Poppen beschäftigen? Ich habe das Spiel gesehen, ich habe das Spiel gesehen. So... Ah, wir haben eigentlich schon keine Jampons. Wir können eigentlich gleich so ein Two Island. Er hat ganze... ...12 Millionen HP. Und seine Arme, die haben... ...500.000 HP. Ja! Für mich verbrauchen wir mal den Richter und dann ist das Spiel so gut vorbei. Bis gleich!